Hi, Martin hier. Ich wollte euch einmal eine Webseite vorstellen, die meines Erachtens sehr interessant ist, vielleicht für einige. Und zwar Become a Funded Trader. Das ist in Amerika leider Top Step Trader, also www.topsteptrader.com. Ja, das ist so eine Art Broker. Ja, das ist auch bekannt. Also die sind jetzt schon länger auf dem Markt. Und es ist folgendes. Hier kannst du zum Beispiel dich anmelden, also Futures Trader. Ja, du kannst erstmal auch ein Free Trial machen. Und dort hast du zum Beispiel Kontengrößen. 10.030, 50, 100, 150 kannst du wählen. Und das Tolle ist, das ist zuerst virtuelles Money. Und dann musst du 10 Tage Minimum deine Performance zeigen. Das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt hier die Combine heißt es, Trading Combine, das sind zum Beispiel, wenn du sagst, ich wähle jetzt 10.000, dann darfst du nur zum Beispiel einen S&P handeln zur gleichen Zeit. Das heißt, du kannst 100 Mal rein und raus, aber du darfst immer nur einen offen haben. Du darfst am Tag nur 300 in der Verlustzone sein. Ja, maximaler Drawdown ist natürlich jetzt 1.000. Und wenn du 1.000 Dollar erreichst, dann bekommst du ein Funded Account, also ein echtes Account. Ja, ein echtes Konto vom Broker gestellt. Ja, und jetzt kommt das Interessante. Deswegen stelle ich euch das vor. Vielleicht kennen das einige von euch. Und zwar, wo steht es jetzt? Ich muss jetzt mal gucken. Hier ist nämlich, dass du dann die ersten 5.000, die du als Profit erwirtschaftest, kannst du voll behalten. Und danach kannst du 80 Prozent, ja, kannst du 80 Prozent von deinem Gewinn behalten. Du kannst jederzeit dein Geld rausholen. Ja, du handelst hier mit geringen Kommissionen. Ich glaube, das, soweit ich weiß, zu 80 Prozent musst du das selber tragen. Und die Data-Fee, also sprich, wie auch im normalen Trading, hast du dann die, vielleicht 100 Dollar, die Data-Fees und dann halt die Commissions, die du machst. Und wenn du ein guter Trader bist, ja, kannst du, ohne dass du jetzt selbst das Geld haben musst, Du kannst zum Beispiel jetzt auch ein Combine wählen, also ganz kurz noch, Price per Month heißt, das ist halt eben, verdiene halt ihr Geld, das ist ja auch nicht so schlimm. Du zahlst 95 Dollar im Monat, bis du das erreicht hast, dein Ziel. Das heißt, wenn du das nach, also nach 10 Tagen, ganz kurz, Entschuldigung, ich muss jetzt mal suchen. Wenn du das nach 10 Tagen erreicht hast, dein Ziel, ja, diese 1000, dann brauchst du natürlich dann nur noch, nur einen Monat diese 95 Dollar. Und wenn du sagst, naja, gut, ich brauche länger, das ist egal, ja, zahlst halt jeden Monat. Und das ist, glaube ich, nicht refundable, soweit ich weiß. Es gab mal, glaube ich, refundable, ich glaube, die haben das aber geändert. Das ist aber überschaubar, warum? Weil du kannst dann erstens im virtuellen, das ist also, zuerst handelst du ja nochmal diese 10.000 im virtuellen Konto, ja. Handelst du im virtuellen. Und wenn du diese Ziele erreichst, das heißt, du darfst, das ist, ich weiß nicht, was er da ständig macht. Das heißt, du musst diese Ziele erreichen, ja. Du musst dich nach diesen Regeln halten. Du darfst am Tag nicht, oder generell nicht 1000 im Minus sein, ja. Du darfst am Tag nicht 300 im Minus sein. Und das ist, glaube ich, grundsätzlich, darf dein Drawdown nicht 1000 sein. Das heißt, das sind schon für disziplinierte Trader, ja. Du kannst, die Produkte, die du handeln kannst, sind zum Beispiel Permitted Products. Das ist der Trading Stock. Da könnt ihr das ja nochmal selber alles nachlesen, dieser Drawdown, Tailing Drawdown. Das ist wieder was anderes, bin ich da, Entschuldigung, falsch gelandet. Ich wollte da woanders anklicken, aber es ging gar nicht, das anklicken. Ich wollte nur sagen, ihr könnt die, die meistgehandeltsten, ähm, ähm, permitted items, warum times? Warte mal. Ähm. Hier, guck mal. Ihr könnt den S&P Mini, ihr könnt den Nikkei, Nasdaq handeln, Australian, British, Kanada. Die könnt ihr alle handeln. Leider ohne Option. Finde ich sehr traurig darüber. Ist eigentlich auch nicht ganz, sagen wir mal, so ohne. Im Simulations könnt ihr dann bestimmte, ich glaube, ähm, diese Metatrader, ne, Metatrader, glaube ich. Guckt am besten mal durch. Ich will jetzt auch nicht alles besprechen. Äh, schaut euch die Seite an. Die ist sehr interessant. Die wichtigsten Sachen sind, wie gesagt, dass, ähm, dass du hier vor allem, wie gesagt, und ihr bekommt dann, Entschuldigung, im echten Geld nochmal, wenn ihr diese Combine wählt, bekommt ihr dann 10.000 in echt. Also ihr bekommt sie nicht, sondern ihr handelt für die Brokerfirma. Die stellt dieses Geld zur Verfügung, ja. Und ihr handelt dann, als wäre es euer Geld. Und ihr dürft 80% behalten. Das ist mehr als fair, muss ich sagen. Ja. Und 20% bekommen natürlich die. Die haben natürlich das Risiko des Kapitals. Ihr habt das Risiko eben der Commission und der Data Fee. So. Ihr könnt aber jetzt sagen, ja, ich bin ein guter Trader, ja, und mache jetzt ein 100.000 Konto. Und das heißt, da zahlt ihr jetzt halt mal 325 Dollar, wenn ihr aber gut seid, wahrscheinlich nur für einen Monat, ja, bis ihr das Ziel erreicht habt, das sind also 10%, nicht mal, nee, Quatsch, sind doch 6, sind 6%, wenn ihr die erreicht, bekommt ihr 100.000 zum Traden. Und wenn ihr da jeden Monat 5% macht, könnt ihr davon 8% behalten. Das ist doch ein Wort, ja. Und für die ganz Hartgesottenen hast du sogar ein 150.000 Konto, ist ein bisschen teurer, ja. Ich glaube so in dem Bereich 150, sagen wir mal so, wird es realistisch sein, macht auch mehr Sinn. Ich würde jetzt nicht mit einem großen starten, egal wie gut man ist, das verlockt dann nur. Ich würde so mit 30.50 anfangen. Ich würde vielleicht eher die mal mit 5 Lot, das können, ja, sagen wir mal, die würde ich vielleicht wählen. Also, weiß ich nicht. Kostet halt, zahlt halt einmal 150 Euro, könnt es zeigen, was ihr könnt. Wenn ihr dieses alles erreicht habt, oder die Regel eingehalten habt, dann kommt dieser Funding-Prozess, ja. Das heißt, Funded Trader Preparation, das ist der letzte Step. Dann schauen die sich das an, wie du getradet hast, ja, mit dem Drawdown und etc. Und dann geht es los. Das heißt, du kannst, nachdem du das Video hier schaust, wenn du ein guter Trader bist, wenn du dich anmeldest, vielleicht schon in 2-3 Wochen dieses Geld, also das, was du wählst, traden und 80% behalten. Ist doch klasse, oder? Also, ich finde es gut. Der Nachteil finde ich halt ein bisschen diese Data-Fees, ja, die sind so, glaube ich, 80 Dollar. Die sind so ein bisschen überteuert leider. Von den Commissionen finde ich es ganz okay. Hey, ich habe zwei Leute, die das machen. Ich persönlich mache das jetzt nicht. Aber die sind eigentlich ganz zufrieden, ist auch seriös. Ihr habt auch kein Risiko in der Hinsicht. Das heißt, diese 120 Dollar, mein Gott, das kann man investieren. Ich finde die grundsätzliche Idee sehr gut von denen. Es gibt auch kaum Konkurrenz in Amerika, in Europa sowieso nicht. Was ich sehr traurig finde. Aber ich bin überzeugt, es gibt viele gute Trader zu Hause, die haben aber halt vielleicht nicht die Möglichkeiten oder das Geld, aber haben ein Wissen, haben Möglichkeiten, haben vielleicht persönliche Schicksale oder aus irgendwelchen Gründen halt die finanziellen Mittel vielleicht nicht, dass sie nach vorne kommen. Und da wäre es doch mal, vielleicht auch in Deutschland, überlege ich mir nämlich vielleicht auch mal mit ein paar Leuten, dass man sowas ähnliches auch mal in Deutschland macht, so eine Firma. Also so einen Broker muss man finden. Aber nein, da habe ich schon einen. Ich habe schon einen amerikanischen Broker, wo ich euch einen DAX-Future für ungefähr 80 Cent verkaufen kann. Das heißt, 80 Cent Club Half-Turn oder Round-Turn zum Beispiel. Also billiger als sogar IB bin ich. Das heißt, man könnte mit so einem Broker hier zusammenarbeiten. Wir brauchen Sponsoren. Das heißt, eine Million muss da sicherlich zur Verfügung stehen, wenn man halt 10, 20 Trader hat. Man kann es ja vielleicht auch erstmal, jetzt zwar nicht auf 150 machen, man kann sich ja auf dem 30, 50er Bereich bewegen, so bei 20 Tradern. Jetzt könnt ihr ja selber mal ausrechnen, wenn ihr 20, weil ich, das ist so eine Art Auswahlverfahren. Ja, das heißt, die Menschen, die Geld haben, brauchen jetzt auch nicht investieren, sage ich mal, sondern die sagen, ich hole mir die besten Trader, ich gebe denen das Geld zur Verfügung. Und wenn die gut sind, dann machen die mir 20 Prozent von dem im Monat, in der Woche, was auch immer, ist für mich immer noch mehr Rendite, als wenn ich das jetzt irgendwo selber verwalte oder was weiß ich. Und vor allem die Leute haben natürlich Motivation. Das heißt, wenn ich 100.000 zur Verfügung stelle und das ist ein guter Trader, dann macht er mir 20.000 vielleicht im Monat oder 10. da komme ich immer noch besser davon. Das heißt, ich finde, die grundsätzliche Idee würde ich gerne mal in Deutschland realisieren. Das würde mich mal reizen. Allein auch schon vom Interessen her, gibt es da kaum irgendwelche Sachen. Und ich glaube, ich bin überzeugt, es gibt gute Trader, die langfristig, ich würde hier noch die Optionen nur reinbringen. Weil ich finde das schon wieder nicht realistisch, dass du in den Future reingehst ohne Absicherung. Das habe ich denen auch mal geschrieben, aber da habe ich keine Antwort bekommen. Ich hätte da noch die Optionen als, sage ich mal, Pflicht vielleicht noch reingemacht. Und zwar nicht um zu schikanieren, sondern um beide Seiten zu schützen. Denn Trader, der kann erfolgreicher sein. Mensch, eigentlich, wenn ich jetzt so überlege, ist das eine klasse Idee, finde ich. Also nochmal, ihr könnt ja da anfangen. Bis das vielleicht realisiert ist, vielleicht ein, zwei Jahre, dann habe ich was in Deutschland aufgebaut. Ihr bekommt, ihr macht diese, es heißt, Trading Combine, heißt es. Das ist halt so der Name. Und dann könnt ihr wählen, sagen, okay, ich möchte jetzt 30.000, ich kann drei Instrumente gleichzeitig offen haben. Maximal am Tag darf ich nur 500 verlieren, generell nur 1.500 und mein Target 15. Wenn du dieses Target erreicht hast, nach zehn Tagen, Minimum. Also du musst zehn Tage traden. Warum musst du zehn Tage traden? Ist ja klar, man kann ja einen Glücksgriff haben. Kann sein, du hast, du erwischst mal einen schönen Move, hast gleich 1.500. Das heißt aber nicht, dass du ein profitabel Trader bist, sondern die wollen eine Konstante haben. Ja, ist ja klar. Die wollen sehen, vor allem wollen die sehen, wie du dein Risikomanagement, Moneymanagement handhabst. Das ist ja eben die Kunst des Tradens. Das heißt, du musst genau wissen, wo du deine Stops platzierst und wie viel du Risiko eingehst. Und dadurch, wenn du das schaffst, nach zehn Tagen, nach zehn Trades, du musst zehnmal traden, dann hast du einen guten Durchschnitt, dann hast du, sag ich mal, herausgefunden, dass derjenige das drauf hat, in irgendeiner Form. Ja, und dann kriegst du das Geld in echt, also du nicht, wie gesagt, du verwaltest das sozusagen selber und bekommst 80% von dem. Das heißt, wenn du Super Trader bist und du machst zehn Prozent im Monat oder 20 im Trading, hast du 6.000 und kannst du 4.000 behalten und hast kein Kapital eingesetzt. Ja, und ich glaube, man kann auch später dann, wenn man gut ist, werden diese sicherlich mehr zur Verfügung stellen. Das heißt, denkt aber jetzt nicht in großen, so Hunderttausenden, sondern, wenn ihr auch nur 10% im Monat macht, und das ist jetzt gar nicht so viel, guck mal, bei 30.000, 10%, 3.000, wenn wir mal im S&P im Monat zehn schöne Moves kriegen, wenn man nicht so oft dreht, aber vielleicht diese, wenn ihr diesen Trend ein bisschen erwischt, dann habt ihr die 1.000, 2.000 hier locker drin. Das muss schon drin sein als Trader oder 3. Das ist eigentlich eine schöne Einnahme. Deswegen stelle ich das gerne vor, mache auch keine Werbung, ich kriege auch nichts von denen, bin denen gar nicht verbandelt, aber ich finde es halt die Idee-Klasse, muss ich schon sagen, grundsätzlich. Ja, die haben sich auch verbessert, die haben einige Sachen optimiert, das heißt, du kannst denen auch schreiben, wenn dir irgendwas nicht gefällt, ja, und die sind da sehr offen, du hast auch hier so ein Radio-Experten-Team, wenn diejenigen von euch die Englisch können, sind da halt Leute, die helfen euch, wo es nur geht, da können so andere Trader, könnt ihr da zuhören, die Erfolg haben, also die fanden, jede Woche fanden die 5 oder 10, 20 Trader kommen da dazu, weltweit. Finde ich eine klasse Idee, finde ich, ja. Okay, vielleicht habe ich Interesse geweckt, schaut es euch mal an, und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir auch gerne nochmal eine Nachricht schicken, also ich habe da so mal da reingeschnuppert, ja, und finde das eigentlich ganz okay und ihr braucht da auch gar nicht so viel, wie gesagt, riskieren, ihr riskiert halt nur dieses einmalige, monatliche, ich glaube, da ist gar kein Setup, sondern ihr meldet euch hier an, sagt, ich möchte hier, 95 Dollar, riskiere mal einen Hunderter im Monat, wenn ich gut bin, habe ich echte 10.000 zum Trader, was wollt ihr mehr, ja, ja, prima, okay, merci.